Die nächste Frage ist, meine Eltern oder meine Mutter oder mein Vater verbieten dir die Hijab als Frau. Dürfen die das? Und nein, die dürfen dir das tatsächlich nicht verbieten. Du musst ja zu Hause sowieso kein Hijab tragen. Und wenn du jetzt draußen mit denen gehst und du möchtest Hijab tragen, dann darfst du das machen. Und sie dürfen dir das nicht verbieten. Sie können ja nicht argumentieren, du musst auf uns hören, weil Allah das gesagt hat. Ja, genau, weil Allah dir gesagt hat, dass du Hijab tragen musst, so gibt es kein Gehorsam gegenüber der Schöpfung, wenn der Schöpfer etwas befiehlt. Das ist wichtig, wenn der Schöpfer etwas befiehlt, so gibt es kein Gehorsam, also beziehungsweise es gibt kein Gehorsam gegenüber der Schöpfung, im Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer. Das muss man verstehen, Inshallah, deswegen können sie das nicht verbieten, sie können es natürlich sagen, aber verbieten nicht, du kannst mit Hijab beruhigt rausgehen. Baruch al-Afikum.